Hallo Leute, willkommen zum Manipod. The Umvolkung is finally here. Uns geht es um Haltung statt Herkunft. Wir möchten euch die Kämpfe der Migration um die Ohren hauen und laden euch dazu ein, mit unseren Gästen zu denken, zu streiten und zu feiern. Dein Name ist Vincent Babaputilabo und dein Name ist Massimo Perinelli. Gemeinsam präsentieren wir euch den Manipod, ein Podcast zur Migration der Rosa-Luxenburg-Stiftung. Wir unterhalten uns mit unseren Freunden und Freundinnen und Genossen und Genossinnen aus der Bewegung der Wissenschaft, Kultur und Politik, darüber, wie wir die Verhältnisse zum Tanzen bringen können. Worum geht es uns? Wir sind überzeugt davon, dass es keine Gesellschaft ohne Migration gibt. Wie Grunsches Leben lässt sich nicht vertreiben, Einwanderung nicht rückgängig machen. Im Gegenteil, wir sehen darin das gute Leben, das Prinzip einer offenen Gesellschaft der vielen. Deshalb bleiben wir. Wir verändern. Wir demokratisieren. Wir schaffen die Gesellschaft der vielen. Die Migrationsgesellschaft ist eine Realität, die unumkehrbar ist. Und wenn, dann nur zum Preis der Barbarei. Das werden wir nicht zulassen. By many means necessary. Die Migrationsgesellschaft ist eine Realität, die unumkehrbar ist.